Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, herzlich willkommen hier aus Düsseldorf, herzlich willkommen zurück aus der Osterpause. Wir wollen uns mal wieder in die Welt der Charts begeben und ich habe für die heutige Sendung den Ölpreis, genauer gesagt WTI, vorbereitet. Das aus gutem Grunde, wenn man fundamentalen Aufhänger wählen wollen würde, dann sind die Schlagworte im Moment Angebotsverknappung oder Nachfrage-Schock. Und wir wollen uns den Chart zu WTI anschauen. In welche Richtung schlägt denn das Chartbild aus? Was sagt der Chart zu den beiden angeführten fundamentalen Schlagworten? Und beginnen würde ich gerne ein bisschen mit einer Rückblende. Im März 2022 hatte WTI ein zyklisches Hoch ausgeprägt, seinerzeit bei rund 130 Dollar pro Barrel. Zwischenzeitlich haben wir da uns mehr als halbiert, haben dann aber auch in den letzten Wochen auf Basis einer sehr langfristigen Klettungslinie, auf Basis der 200-Wochen-Linie bei rund 67 Dollar pro Barrel Halt gefunden. Und dieses Haltfinden wird dokumentiert oder wird vielmehr gesagt zementiert durch eine andere Zeitebene. Und das ist ein analytischer Ansatz, den wir sehr gerne verwenden und aus unserer Sicht eine absolute Stärke der technischen Analyse, unterschiedliche Zeitebenen miteinander zu verbinden. Und dieses Haltfinden wird dokumentiert konkret durch die Konstellation im Monatsbereich, wo die letzten fünf Monatskerzen jeweils markante Lunden aufweisen. Das heißt, von den zwischenzeitlichen Monatstiefs hat sich der Ölpreis jeweils deutlich erholen können. Das ist schon mal psychologisch kein allzu schlechtes Signal und dokumentiert hier eben den Gezeitenwandel, den wir schon angesprochen haben auf Basis der Klettung der letzten 200 Wochen. Und Stichwort Trendwendeambitionen. Die werden erhärtet durch eine jüngste Kursentwicklung. Wir haben nämlich ein Aufwärts-Gap gerissen zwischen 76 und 79 Dollar. Und solche Aufwärtskurslücken, Kursbereiche, in denen keine Notation stattgefunden haben, sind für uns immer ein Signal der Stärke. Also, das Schlimmste hat der Ölpreis aus unserer Sicht überstanden. Aber es gibt ein kleines, kleines, kleines Aber. Sie müssen eine Marke noch auf dem Radarschirm haben, denn aus charttechnischer Sicht fehlt unseres Erachtens noch der Sprung über das Widerstandsband aus einem Abwärtstrend der Klettung der letzten 38 Wochen, beides bei rund 81 Dollar pro Barrel und dann den jüngsten Verlaufshochs, den jüngsten Erholungshochs bei 83 Dollar pro Barrel, sodass wir hier eine wirklich wichtige Widerstandszone haben, 81 zu 83 Dollar. Gelingt der Befreiungsschlag, dann dürfte der Ölpreis die Erholung der letzten Wochen fortsetzen und zwar bis in den Bereich der horizontalen Barrieren bei 95 Dollar. Und letztes Argument, den letzten Pfeil hat der Techniker noch im Köcher. Das ist die Zyklik, das ist das Thema Saisonalität, denn auch unter saisonalen Gesichtspunkten befindet sich der Ölpreis jetzt in einer zyklisch günstigen Phase, die bis zum Halbjahreswechsel anhält. So, unterm Strich kein Trade, ohne auch sich Gedanken über die Unterseite zu machen und da sind je nach Fristigkeit, in der man unterwegs ist, ist man eher die kurzfristige Traderin, der kurzfristige Trader oder eher längerfristig strategischer Investor, Investorin. Die kurzfristige Absicherung dafür macht das angesprochene Gap. Ja, diese Kurslücke 79 zu 76 Dollar durchaus Sinn und als strategische Absicherungsmarke ist der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen zur Erinnerung bei 67 Dollar pro Barrel prädestiniert. So, zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Wochenende steht der Börsentag München vor der Tür. Wenn Sie also aus der bayerischen Landeshauptstadt kommen, im Süden zu Hause sind oder München schon immer für eine Reise wertachtet haben, dann besuchen Sie uns doch am Samstag beim Börsentag München. Die HSBC ist dort traditionell mit einem großen Vortragsprogramm vertreten. Wir werden also Trading-Aspekte, technische Analyse, strukturierte Produkte, Anlagezeit wie Karte, all das werden wir beleuchten. Herzliche Einladung dazu. Schauen Sie gerne bei uns vorbei, kommender Samstag, Börsentag München. So, und das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Machen Sie es gut und vor allen Dingen viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Tschüss aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020